So, wie schaut es jetzt bitte aus? Wann darf ich begrüßen das nächste Mal? Kann es weitermachen. Geht schon? Ja. Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Unstable in der Season 2. Mit dabei ist wieder die süße Evo. Hallo. Und wir sind noch immer bei dem Tinkers Construct. Wo sonst? Genau, bei mir auch. Genau, ja. So, das Tinkert wieder davor. Ich habe es ja eben damit abgerissen. So, dann in die Kiste. Die Kiste klatschen wir hier einfach an die Wand. Bam. Da tun wir jetzt die ganzen Stinger, Bücher, Bricks. Die Pattern und das mache ich, glaube ich, nee, mache ich nachher erst. Ich will jetzt unbedingt zuerst gleich mal Lava holen. Ich auch. Damit ich gleich mit dem Eisen schmelzen anfangen kann. Ja, ja. Sollen wir zusammen denn nähter? Nähter? Ja, wo willst du sonst Lava holen? Komm, her zu mir. Hier sind lauter Hügeln. Da sind bei mir Quillt Lava oberirdisch raus. Aber hast du nur noch einen Block, oder? Ja, ich brauche nur einen Kübel voll für den Anfang. Achso, willst du gleich? Pumpst du? Ich habe noch nichts zum Abpumpen. Äh, also ich wollte das mit einer Drum machen und den Drum dann manuell mit einem Eimer befüllen. Oh mein Gott. Da brauchst du ja Stunden. Echt? Ja, du kannst, glaube ich, vier oder fünf Blöcken, vier oder fünf Kübeln kannst du auf einmal in den Smeltery, in den Control-Dings da, also in den Tank reinschmeißen. Ja, vier Stück, soweit ich weiß. Ja, eben. Und mehr Kübeln, mehr brauche ich dabei nicht. Mit vier Stück kannst du schon relativ lange brennen, nur müsste man da irgendwo... Ach, da gehe ich jetzt in die Mining-Age, so sieht es aus. Ja, dann komme ich mit. Ich nehme vier Eimer mit und dann... Genau. Nur für den Anfang immer Lava holen, beziehungsweise das mit einem Tank oder so machen, kann man ja dann auch mal Offscreen zum Beispiel. Weil das ist ja jetzt nichts Spannendes, weil bis der wirklich voll ist, der Drum, das dauert, das dauert. Echt. Ja, stimmt, hast recht. Purple. Purple. Warte, wieso Purple? Was ist Purple? Ja, hier steht ein Schild von Purple. Achso. Also ein Buch von Purple. Ah, achso, ach du bist schon da. Ich bin schon unten, ich bin schon am Weg nach unten, ja. Ups, okay, warte, warte, warte. Ich habe doch Angst vor den bösen Releport-Creepern. Ja, die sind echt schräg. Vardern. Okay, bin soweit. Okay, kommst du runter? Ja, warte, ab. Weißt du, wo runter? Ja, oder? Direkt neben Boromiers Maschine ist ein Loch. Ach, das meinst du, da war Lava? Ja, ganz unten. Also man kann da noch viel weiter runter, als du gesehen hast letztens. Ich war hier schon mal meinen, drum kenne ich mich ein bisschen aus. Ah, okay. Da bin ich schon relativ tief eingedrungen in meinen Kaninchenbau. Ich habe jetzt nichts zum Bauen und so bei. Ich habe lediglich meine vier Eimer, mein Schwert und eine Spitzhacke dabei. Und was zu essen. Das genügt doch. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich habe mich gerade erschreckt. Wieso? Von so einem Thumbcraft-Erz, das Grün war. Ich dachte, da steht so Telecreeper. Okay. Oh, okay. Ich glaube, weiter als hier war ich auch noch... War ich gar nicht schon mal... Da war ich jetzt schon mal weiter. Ja, Wasser hätte ich schon mal gefunden. Yay. Genau das falsche Element, oder? Ja, also ich sehe auch keine Lava auf der Minimap. Ja, warte mal. Es geht ja noch tonnenweise tiefer. Oh, die ganzen schönen Ärzte. Ja, so viel wieder. Ja. Das müssen wir unbedingt mit Dings machen. Ja, ich ertrug mich wieder sehr gewählt aus. Eine, eine, eine. Eine, eine, eine. Eine Query. Ich kenne mich mit diesem ganzen Fachbegriffen nicht aus. Query, ja. Ach Gott. Nein. Hier war doch irgendwo Lava. Ich habe doch hier sicher schon mal Lava gefunden. Schauen wir mal. Vielleicht in die andere Seite. Also es könnte sein, dass ich hier am Wasserfall in andere Richtungen laufe. Ach, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ja, ich sehe sie. Auf der Minimap sehe ich auch Lava. Unter uns. Unter uns. Da ist sie. Wo ist sie? Wo? Ja, da irgendwo. In die Richtung. Warte, da komme ich. Das ist wieder keine Lava. Nein. Zum Glück ist es keine Lava. Ja. Ey. Ey. Ich habe sie gefunden. Ja? Ja. Wo bist du? Da oben. Ey. Ich hasse es, gegen Strömungen zu schwimmen. Ey. Okay, perfekt. Ja, aber das sind nur zwei. Ja, ich würde sagen, einer für dich, einer für mich. Ja. Carly, gleich mal die erste. Hab ich. Hast du? Ich mache gleich mal das Gold hier mit. Das brauche ich nämlich für meine ganzen, äh, Platten. Na toll. Was denn? Ich erwische es nicht. Ja. Ha. Erwischt. Okay, ich glaube, das war es auch schon. Auf dem Minimap sehe ich weiter keine Lava. Ähm. Kann man die Monster nicht irgendwie ausschalten? Aber ich höre Lava. Ah, da ist noch ein, da ist noch ein Ding. Das kannst du dir wieder nehmen. Okay. Haps. Ja. Jetzt schauen wir noch. Hast du Fackeln dabei? Ähm, ja. Ganz dezent. Könntest du ein paar Sätze nicht, dass es hinter uns alles spawnt? Okay. Ah. Da sehe ich nochmal Lava eigentlich. Wo? Also auf der Minimap, oder? Irgendwo da ist Lava. Setz mal bitte den Block an die Wasserquelle. Ja, das kleine Loch. Hab ich. Ähm. Irgendwo. Nee. Ah, ich sehe auch welche. Da vielleicht. Hier ist so, ja genau. Ich höre sie, ich höre sie. Warte? Ich habe sie gehört. Ich höre sie noch immer. Über uns. Sie ist über uns. Über uns? Echt? Pass auf, ja. Oder unter uns. Ich buddel mal hinter dir und darunter. Und darunter, ja. Ach Mensch, Evo. Ah. Ich habe sie. Yay. Aber es ist wieder, glaube ich, nur... Wow, mein Gott. Nicht, 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 nicht weiterlaufen. Es ist wieder nur ein so ein kleines Ding und das ist irgendwo. Okay, ich würde das Gefühl dran. Was ist denn heute los mit mir? Na? Deine Zunge versuchst du? Was ist heute? Look. Ja, heute... Ah, nicht in die Lava laufen. Das wäre gar nicht zu gesund. Was hast du heute? Ich habe heute einen Sprachfehler. Ja? Gibt Schlimmeres. Bis bald haben. Bald. Bin ich nur ein Diamantentrüfelschwein? Ich bin auch ein Goldschwein. Ja, genau. Goldtrüfelschwein. Na Gott, jetzt fall ich in die Lava. Oh mein Gott. Nicht verbrennen. Bitte nicht verbrennen. Ich hoffe, das Ding... Ich habe nämlich jetzt... Irgendwo war doch Wasser hier. Ah, ich brauche Wasser. Nicht vermeiden. Da ist Wasser. Oh mein Gott, da sind 50 Millionen von Viechern, Creepern tot. Äh, ja. Äh, ja. Okay. Ähm, ja. Jetzt wissen wir natürlich... Das Zeug erwische ich nie wieder. Das ist alles weg. Da sind so viele Viecher gewesen. Aber es war auch Wasser dort. Also ich habe mich gelöscht, bevor ich explodiert bin. Äh. Au. Au. Ich hoffe, ich finde... Oh Gott, ich sehe zwei Creeper. Ja, ne. Ich weiß jetzt nicht, was der Creeper alles mit in den Tod gerissen hat, aber... Hier ist ein Skelett. Verrecke, Skelett! Ohne Waffe ist das echt scheiße. Und da? Äh... Puh, hä? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ich bin so 44 Meter von meinem letzten Todespunkt weg. Ich glaube, ich bin aber einen Gang zu hoch noch. Ah, okay. So lange da kein Telecreeper ist, ist alles gut. 25 Meter... Ich sitze... Oh mein Gott, ein normaler Creeper. Oh fuck! Sorry für den Kraftausdruck. Ja, okay. Ein Creeper ist tot. Einer ist besser als keiner. Wenn ich da jetzt... Nee, da... Puh. Wo ist denn... Oh nein, da ist ein Telecreeper. Last dead 29 Meter in die Richtung. Ich bin auf der richtigen Ebene. Ah! Da geht's noch drüber. Ah! Ja, aber... Ja, ich bin 4 Meter... Ich bin... Kannst du dich... Siehst du meinen Namen? Durch die Wand durch? Kannst du dich mal rüberbuddeln? Ja, wenn der Babyzombie mich nicht sieht... Oh Gott, Telecreeper. Okay, warte. Ich versuch mich zu dir zu... Ach, da bist du. Warte. Okay, bin gleich da. Hab dich! Ja, hallo Evo! Hallo! Ja, super. Wie ist mein Zeug noch? Lebt das? Da ist eine Spinne. Da ist ein Skelett. Ah, Telecreeper, Telecreeper. Achtung! Wo? Ah! Der kommt! Der kommt! Nee, wo? Neben dir. Nee. Direkt neben dir. Wo? Neben dir, unter dir. Ah! Okay. Ah, welcher ist der Haar? Hast du ein Schwert? Darf ich mir das kurz leihen? Ja, so lange nicht draufgehen. Ich hoffe nicht. Also, mein Plan ist natürlich nicht zu sterben, aber... Komm her! Sehr spannend, in beiden Kämpfen zuzuschauen. Ja! Komm her! Ein Skelett ist down, das nächste Skelett ist down. Der Telecreeper ist noch unter uns. Ja. Direkt unter dir. Ja. Aber ich erwische das Arschloch nicht, wenn der da im Wasser rumplanscht. Ich könnte jetzt nur mehr runterspringen und hoffen, dass er mich nirgends hin teleportiert, wo es nicht passt. Echt? Wow! Tot? Nee, nee, nee. Nee, nee, leider noch nicht. Oh, ah! Ah! Fuck it! Ah, ich weiß nicht, wie weit ich... Hat er mich... Jetzt ist er tot. Zombie, zombie, zombie! Hab ich, sehe ich. Zombie down. Noch ein Zombie. Wie lange ist denn der Grabstein da, weißt du das zufällig? Da oben ist noch eine Spinne, aber die sieht ängstlich aus. Die kommt nicht runter. Der Grabstein ist so lange da, bis du ihn abbaust. Die spawnte nicht mit der Zeit? Dass ich wüsste. Wow! Der erschreckt mich, Scheißgelett. Warte, ich hab ein Spitzhack gerechnet, ja. Warte mal, ich glaub, den kannst... Nee, den kann man auch mit der Hand abbauen mittlerweile. Das haben sie gefixt. Achso. So. Ich glaub, ich hab wieder alles. Ach, ich weiß, wo wir sind. Ja? Nee, doch nicht. Doch nicht. Hätte mich gewundert. So. Ähm, dein Schwert bekommst du natürlich sofort wieder. Yay! Rotterschmeißen, ne? Damit ich noch rotterspringen muss. Ja, genau, rotterschmeißen. Ich merk schon. Ähm. Du hast es wieder eingesammelt. Ich... Ja, ich seh's gerade. Ähm, gut. Yay, ihr musst nicht mehr hilflos. Yay! Eti auch nicht. Ich hab wieder alles. So ein Glück. Yay. Ist da nicht vielleicht Lara? Laber? Nee, Laber auf der Minimap. Da, in die Richtung. Ein Block. Telecreeper. Ah! Spinne. Ist der Fieber tot? Nee, noch nicht. Aber Spinne auch nicht. Oh mein Gott. Zombie! Wo bin ich? Ich bin ganz anders. Baby Zombie! Baby Zombie! Das Ding hat mich irgendein... Ja, das hat mich einen Gang... Noch ein Mini Zombie... Wo bin ich? Hätte ich gar nicht auf den Minimap. Nee, er hat mich glaube ich einen Gang hoch teleportiert, weil hier sind arschviele Zombies jetzt. Und eine Spinne ist da. Warte, ich komme mal den Weg wieder zurück. Block eingesammelt. Da ist Lava. Aber ich hätte Lava gefunden. Echt? Ich habe Lava. Und ein Skelett hätte ich auch gefunden. Oh, ach. Noch ein Skelett. Oh mein Gott, nee, hier sind wir viel zu viele Viecher. Absolut zu viele Viecher. Boah, Zombies! Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, Evo. Okay. Ich probiere mal den Weg. Nee, da laufe ich nur im Kreis. Schatz. Ich glaube, ich finde da jetzt gleich Lava. Da hast du mich eine Schlucht auf der Hände. Ich kann zum letzten Tod gehen. Der ist 40 Meter in die Seite. Hi. Ja, dann bist du doch bei mir wieder. Au, ja. Nur der ist, der hat mich, hat mich der runter teleportiert? Ah, ich kann zumindest deinen Namen sehen. Ah. Oder habe ich zumindest kurz jetzt. Warte mal. Warte mal. Ich glaube. Ah, da ist Evo. Wo machst denn du hier? Da ist Lava. Wo ist Lava? Magst du noch da oben? Magst du eine Fackel setzen? Ja, ich muss sowieso mal. Ich habe... Oh mein Gott. Evo, ich muss sterben. Warum? Ich stecke ein Pfeil in meinem Gehirn. Oh nein. Das war... Äh, warte. Au. Danke. Ja, das war erster Hilfe. Ja, erster Hilfe. Das... Okay. Das war nur zu deinem Besten. Okay, da ist Lava. Wo ist Lava? Ja, ja. Und brummende Zombies. Ja, Achtung, wenn ich jetzt schlage, bist du... Tot? Du wieder? Nee, nee, aber ich kann nicht... Äh, ich kann nicht weiterwarten, wenn du immer drin stehst. Hoi. Ha, 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 ha. Ah, noch einer. Hab ihn. Okay. Aber das ist wieder nur eine Quelle, glaube ich. Ja, aber da ist nochmal eine. Ja, das ist deine. Ich habe eine schon. Oh, oh Gott. Creeper im Lava ist... Psst, 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 psst. Aha. Ich hab den armen Zombie einfach in den Lava geschubst. Oh, ha, ha, ha. Er hat das selber schuld. Mörder, Mörder. Er wollte mich angreifen. Er wollte an meinem leckeren Gehirn knabbern. So. Und jetzt hätte ich aber gesagt, machen wir dann eine Fliege, oder? Du hast drei Kübeln, ich hab drei Kübeln. Hast du was zum Hochstecken, weil sonst machen wir das einfach auf die Ninja-Ausbruchsart. Hochstecken bis an die Oberfläche. Wir sind eh schon auf 41. Okay. Und dann schauen, wo der umge... Hast du einen Wegpunkt vom Spawn, vom Neuen? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es vorher erwähnt habe, aber die Leute haben ja die Mining Age geändert, weil in der ersten, das war ja nur Höhle. Und so. Ja, ich hab einen. Ich glaube, ich hab nämlich noch keinen Wegpunkt vom Neuen Mining Age gemacht. Okay. Ich hab irgendwie vielleicht immer so Lava über mir auftraucht, wenn ich hochbuddelt. Nee. Es gibt nämlich zwei Minecraft-Träger, die man immer beachten sollte. Keine direkten Wege nach oben. Au, 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 au. Oh mein Gott, ich sterbe gerade. Ah, besser. Hier. Haben wir meinen Gang? Jetzt hatte ich Glück. Absolutes Scheißglück. Aufpassen, mir ist gerade, ich weiß nicht, wie viel Tonnen Sand auf den Kopf gefallen. Also, starte dich mit einer Schaufel auf, aus. Ich hab keine Weih. Ja, warte mal. Dann. Nee, ich komm ein bisschen weiter. Ja, ist ja egal. Dann brauchst du ja dann nur. Hi. Hi, Evo. So. Und du stackst jetzt ein. Wir können uns zusammen hochstacken. Wir müssen nur gleichzeitig hüpfen. Komm her zu mir. Ach so. Drei, zwei, eins. Hops. Nee, geht nicht. Ich muss den Boden sehen. Jetzt geht's. Nee, geht's auch nicht. Ah. Nee, geht nicht. Wir können uns leider nicht zusammen hochstacken. Scheiße. Aber dann geh raus. Dann stack ich mich hoch, weil das ist jetzt dann nur mehr Koppel. Da kommt sicher kein Sand mehr runter. Okay. Wir sind im Villager-Dörfchen. Ah, okay. Ich seh den Spawn sogar von hier. Oh Gott, oh Gott, ich hab Hunger. Ich perkische. Oder perkisch. Ich hätte ein paar getoastete Toastbrote mit. Nee, ich hab noch den Burger von vorhin. Okay. Ich bin von dir. Dann, ja, laufen, ich lau... Au. Lauf mal richten Spawn. Und setz mir jetzt dann gleich, wenn ich da oben bin, einen neuen Wegpunkt. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Au. Eddie, willst du schwimmen gehen? Wo, schwimmen gehen? Äh, hier in dem schwarzen Zeug. Nee, danke. In dem, in dem, in dem blitzernden Zeug. Ja. Ist das... Boi. Wenn's nur Öl ist, tut's dir nichts. Äh, ich... Ach so. Aber es gibt auch so ein schwarzes Zeug, das ist böse, oder? Mmh, ja, ich bin vorhin in dem braunen Zeug geschwommen, so Gülle oder was das war. Das war auch böse. Äh. Ich teleportiere mich jetzt noch kurz nach Hause. Ach, nee. Ach so, mein Haus. Ja. Von mir, von mir, von mir nach Hause natürlich. Und hol mir mal ein Stack. Eisen. Eisen hab ich. Irgendwo. Ah. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten, ich würde sagen, äh, ich pack die Lava rein. Und dann das Reisen. Okay. Und dann das Reisen. Ja. Und... Machen wir dann noch eine Folge, oder willst du dann aufhören? Ähm... Ob du die Zeit noch hast zum Rendern? Genau, genau. Also ich würde eigentlich... Eine würde ich gerne rausbringen. Das Problem ist, ich hätte jetzt in der letzten Folge sagen müssen, dass, äh, das Neujahr Pause ist. Und dass es dann danach, äh, auf einem Kanal wieder richtig losgeht mit neuen Projekten und, äh, so, aber das hätte ich in meiner anderen Folge eben sagen sollen. Ja, das kannst du auch jetzt sagen. Ist ja egal, dann sag's nachträglich, dass es so war. Dass du... Entschuldige dich halt für die Pause. Ich schneide das einfach hinten ran und dann mache ich es nochmal eben gleich so off-screen und, also, nehme das nochmal nachträglich auf und schneide das hinten dran. Okay. Irgendwie ist, äh, meine Lava verschwunden. Hast du keine Lava mehr mit? Doch, doch, ich hab die da in der Smelderregelbank. Ähm, ja, das kann sein. Das kann sein, dass es ein Bug ist. Das da an... So ein Anzeige-Bug. Ne, bei mir funktioniert's. Ich hab jetzt 3000, 4000, ich bin fast voll. Okay. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann bekomme ich einen halben Stack, kann ich jetzt schon schon auf einmal schmelzen. Das ist geil. Nö. So. Nö, bei mir passiert gar nichts. Nö? Nö. Hast du die Meltery falsch aufgebaut? Äh, ich weiß nicht. Ich möchte sich das noch. Ich auch nicht. Soll ich mal schauen? Aber ich glaub, das machen wir in der nächsten Aufnahme, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Okay. Dann hätte ich gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr uns gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Ich wünsch euch was. Tschüss mit dir und tschau mit da. Tschüss.